ja nun habe ich hier ein liedchen das heißt deine spuren im sand und da könnte man also sagen wenn ein mensch vorbeigegangen ist muss ja nicht sein für immer aber auch dann bleiben die spuren noch im sand aber nur so lange bis der wind sie nicht verweht hat ja und das spiele ich euch jetzt und wer es nicht mag der braucht sich das gar nicht erst anzuhören denn es gibt ja menschen die so etwas nicht mögen ok also dann viel freude an diesem herrlichen gerät das ist eine alte 50 jahre alte hemmendeule und nennt sich l100 ja nur für die die es interessiert die anderen brauchen auch das nicht aufzunehmen was ich jetzt gesagt habe denn es liegt jedem überlassen ob er etwas mag oder nicht mag aber hör selber vielleicht gefällt es dir auch auch wenn du erst mal dagegen bist ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Also bis dann.